Es ist eine riesige Spekulation, wo ist Mesut Özil, was passiert, der Wechsel zu Arsenal London am Ende. Gestern Abend war es fix, du wechselst von Real Madrid zu Arsenal London. Wieso Arsenal London? Erstens freue ich mich sehr darauf, weil ich das Vertrauen von dem Trainer habe. Ich habe mit ihm sehr lange telefoniert und er hat mir seine Vorstellungen gesagt und er vertraut mir und das brauche ich auch als Spieler. Vor allem freue ich mich natürlich auf meine Mannschaftskollegen wie Lukas Podolzko, der Per Mertzakar, mit dem ich jetzt zusammenspielen werde. Ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe dort. Ich habe schon gehört, dass sie super Fans haben, die Stadt ist toll, die Mannschaft ist super klasse und ich freue mich einfach darauf. Hasan Wenger, renommierter Trainer, spricht hervorragend Deutsch. Ist das auch eine Hilfe? Auf jeden Fall nicht nur er. Natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, ein paar Mannschaftskollegen von mir sind dort, die mir wahrscheinlich helfen werden. Ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe. Real Madrid, du warst noch vor ein paar Tagen in Madrid, da war eine ganz große Pressekonferenz und ein Pressetermin. Da hast du gesagt, ich stehe 100 Prozent zu Real Madrid. Wieso dieser Sinneswandel in wenigen Tagen? Weil ich in dem Zeitpunkt mir sicher war, dass ich bei Real Madrid bleibe. Und nach der Zeit habe ich doch noch gemerkt, dass ich das Vertrauen nicht von dem Trainer habe oder von dem Verantwortlichen. Und ich bin ein Spieler, der das Vertrauen braucht. Und das habe ich bei Arsenal jetzt gespürt. Deswegen wechsle ich auch dorthin. Spielt die WM da auch eine kleine Rolle? Die Weltmeisterschaft in Brasilien, wo wir uns ja hoffentlich für qualifizieren? Auf jeden Fall. Der Arsenal-Winger gibt mir das Vertrauen. So kann ich mich weiterentwickeln. Ich will ja topfit sein für die Weltmeisterschaft. Und bei Real, ich weiß natürlich, was ich kann, was für Potenzial ich habe. Ich hätte mich bei jedem Klub der Welt durchgesetzt, das weiß ich, weil ich von mir selber überzeugt bin. Aber wenn ich das Vertrauen nicht spüre, dann war das bei mir so, dass ich den Verein doch verlassen musste. Und bei Arsenal spüre ich das vollste Vertrauen. Und ich freue mich auf die Aufgabe dort. Ich werde mich dort unter dem neuen Trainer mich weiterentwickeln. Und ich freue mich einfach auf die Premier League auch. Du hast ja zuletzt bei Real das letzte Spiel nicht mitgemacht. Freust du dich jetzt auf Österreich? Auf jeden Fall. Ich bin so ein Spieler, der immer spielen will, vor allem durchspielen will, die 90 Minuten. Und ich freue mich einfach riesig darauf. Vor allem wir spielen in München. Die Fans werden uns unterstützen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel auch für uns. Gegen Österreich vor allem. Wir werden das umsetzen, was der Trainer von uns verlangt. Wir werden schönes Fußball spielen und den Fans was bieten. Und wir werden auch das Spiel gewinnen. Davon bin ich auch überzeugt. Abschließend noch eine Frage. Du warst super beliebt in Madrid bei den Fans. Werden die dir fehlen? Auf jeden Fall. Die haben mich bis zur letzten Sekunde unterstützt. Auch jetzt, was ich mitbekommen habe. Im Stadion, dass die tausende Fans geschrien haben. Verkauft Özil nicht. Das zeigt halt, wie die Fans, auch die Mannschaft hinter mir statt. Und natürlich, wenn ich sowas mitkriege, macht das einen traurig. Aber so ist das Fußballgeschäft. Und deswegen wünsche ich auch meinen Freunden dort alles Gute, dass sie gesund bleiben, dass sie erfolgreich im Fußball spielen. Und ja, ich würde mich natürlich persönlich bei den Fans nochmal bedanken, dass sie mich bis zur letzten Sekunde unterstützt haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.